Bitcoin hat seit mittlerweile 130 Tagen kein neues Allzeithoch mehr gesehen. Das bedeutet, dass wir uns gerade in der längsten Konsolidierungsphase befinden, die es auf dem Stand des vorherigen ATHs jemals gegeben hat. Viele behaupten jetzt, dass der Anstieg, der danach folgt, deshalb umso krasser wird. Denn je länger die Korrektur, umso heftiger der Pump, oder? Tja, so zumindest die Theorie. Wie es dann wirklich kommt, werden wir sehen. Aber im Moment spricht wirklich einiges dafür, dass wir kurz vor einer Rallye stehen, die uns vielleicht sogar noch in diesem Jahr weit über die 100.000 Dollar Marke hinweg befördern könnte. Denn seit letzter Woche sieht es so aus, als hätten wir gute Chancen, dass das Tal der Tränen jetzt endlich durchritten ist, wir die Trendwende schon gesehen haben und jetzt wieder richtig bullische Zeiten anstehen. Ja, wenn das so wäre, würde es auf jeden Fall einen richtig krassen Verlierer geben. Wer hätte es gedacht? Dieser Verlierer ist natürlich Deutschland. Das BKA hat die 50.000 Bitcoin, die sie beschlagnahmt haben, dann nämlich genau am tiefsten Punkt verkauft. Hätten sie das nicht getan, wären die Coins heute schon über 200 Millionen Euro Mehrwert. Man hat also alles falsch gemacht, was geht. Naja, heute soll es aber nicht um die wirtschaftlichen Fehlentscheidungen Deutschlands gehen, sondern darum, was die Trendwende denn nun ausgelöst hat. Und vor allem, was dazu führen könnte, dass wir schon sehr bald wieder neue Allzeithochs sehen werden. Seit dem Attentat auf Trump reißt der Markt ganz offensichtlich ein, dass er der nächste Präsident der USA wird. Und daran konnte gestern auch die Meldung nichts ändern, dass Biden es endlich eingesehen hat und sich aus dem Wahlkampf zurückzieht. Es sieht so aus, als könnten die Demokraten aufstellen, wen sie wollen. Keiner wird Trump das Wasser reichen können. Warum es, wenn Trump der nächste Präsident wird, extrem bullisch für Bitcoin wäre, habe ich in meinen letzten Videos ja schon einige Male runtergebetet. Trump tritt jetzt, nachdem er anfangs noch ein Skeptiker war, plötzlich als absoluter Bitcoin-Freund auf. Und er hat das digitale Gold zu einem festen Bestandteil seines Wahlkampfs gemacht, um auch die große Bitcoin-Community in den USA auf seine Seite zu ziehen. In ein paar Tagen findet in Nashville die nächste große Bitcoin-Konferenz statt. Es treten große Persönlichkeiten auf, wie zum Beispiel Michael Saylor, Kathy Woods und sogar Edward Snowden wird zugeschaltet. Das wirklich Interessante ist aber, dass dieses Jahr nicht nur Robert Kennedy Jr., sondern auch Donald Trump dort reden werden. Um das, was Trump dort sagen wird, ranken sich schon jetzt viele Gerüchte, aber keiner weiß, was nun wirklich von ihm kommen wird. Einfach nur eine Rede, wie er sie schon beim Parteitag der Libertären Partei gehalten hat, in der er verspricht, Ross Ulbricht freizulassen und dass er das Recht auf Self-Custody erhalten will, oder wird es doch nochmal um einiges größer? Dennis Porter, der CEO des Satoshi Act-Funds und Gründer von Satoshi Educate, der mit seinen Organisationen unter anderem auch schon die Regierung beraten hat, behauptet genau das. Laut ihm wird die Ankündigung, die Trump dort machen wird, nicht nur groß, sondern gigantisch. Vor ein paar Tagen schrieb er nämlich mal eben bei X, dass Trump bei seiner Rede in Nashville ankündigen wird, dass er, falls er die Wahl gewinnt, Bitcoin zur strategischen Reserve der USA hinzufügen wird. Die strategische Reserve eines Landes ist ein Polster, das angelegt wird, um in Krisenzeiten darauf zurückgreifen zu können. Bis jetzt bestand diese Reserve hauptsächlich aus Rohstoffen wie Öl oder Edelmetallen wie Gold. Wenn die USA jetzt wirklich anfangen würde, Bitcoin zu akkumulieren und das digitale Gold zur strategischen Reserve hinzuzufügen, wäre das wirklich bahnbrechend. Denn es würde bedeuten, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass die USA damit nicht alleine bleibt, sondern dass viele andere Staaten es der größten Volkswirtschaft der Welt gleich tun würden. Der allgemeine Konsens war ja eigentlich, dass dieser Zyklus eventuell der Zyklus sein könnte, in dem wir institutionelle FOMO sehen werden. Also dass gerade durch die neuen Spot-ATFs viele große Firmen des Michael Saylor nachmachen und Teile ihrer Cash-Reserven in Bitcoin halten. Staatliche FOMO sollte eigentlich erst nach dem nächsten Halfing auftreten. Wie krass wäre es also, wenn Amerika diesen Schritt jetzt schon geht und damit andere Staaten dazu motiviert? Naja, das bessere Wort wäre wahrscheinlich eher zwingend, das Gleiche zu tun. Warum ich das Wort zwingend besser finde? Naja, ganz einfach. Wenn Staaten anfangen, mit selbst gedrucktem Geld Bitcoin zu kaufen, dann wird das natürlich auch heftige Auswirkungen auf den Preis haben. Und dann ist das Rennen eröffnet. Wer zuerst druckt und kauft, wird reich sein. Und wer zuletzt kommt, für den bleiben dann nur noch Krümel übrig. Beziehungsweise wird ihm für sein selbst gedrucktes Papiergeld dann höchstwahrscheinlich niemand mehr Bitcoin verkaufen wollen. Ist es also möglich, dass wir gerade schon so kurz vor der Hyper-Bitcoinisation stehen, auf die wir schon so lange gewartet haben, aber mit der die absolute Mehrheit der Bitcoiner wohl erst in vielen Jahren gerechnet hat? Tja, möglich ist es. Dafür muss das, was Dennis Porter bei X verkündet hat, aber erstmal wirklich eintreffen. Unter seinem Post hat er auf jeden Fall noch ergänzt, dass das Ganze kein Witz ist und seine Quellen wirklich glaubwürdig sind. Naja, so oder so. Die Bitcoin-Konferenz und vor allem die Rede, die Trump dort halten wird, wird definitiv extrem spannend. Und man kann sich sicher sein, dass die ganze Bitcoin-Community gespannt zuhören wird, was er zu verkünden hat. Meine Einschätzung ist, dass das, was Porter sagt, eventuell wirklich stimmen könnte. Ich meine, dass er Kontakte zur Regierung hat, kann man nicht bestreiten. Und dass er Lügen verbreitet, glaube ich eher nicht. In meinen Augen könnte da also wirklich was dran sein. Nur denke ich nicht, dass die USA so bald schon anfangen wird, wirklich Bitcoin zu kaufen. Tja, ich könnte mir aber vorstellen, dass die große Ankündigung, die Trump machen will, sein könnte, dass die USA nicht so blöd sein wird wie Deutschland. Laut Arkem Intelligence, der Blockchain-Analysefirma, die auch die Wallet des BKA getrackt hat, besitzt die USA bereits jetzt über 213.000 Bitcoin, die sie unter anderem von dem Handelsplatz Silk Road und der Firma Alameda, die in die illegalen Machenschaften von Sam Bankman-Fried verwickelt war, beschlagnahmt haben. Tja, diese Coins musste man aber anders als Deutschland noch nicht in eine Notveräußerung auf den Markt werfen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das jemals passieren wird. Sondern ganz im Gegenteil, ich halte es für möglich, falls das, was Porter bei X behauptet hat, stimmt, dass Trump ankündigen wird, dass man diese beschlagnahmen Coins in eine strategische Reserve umwandelt. Auch das wäre natürlich eine extrem bullische Ankündigung und hätte mit Sicherheit auch eine krasse Signalwirkung für andere Staaten. Ob das Ganze so schnell gehen wird, ich weiß es nicht. Bis vor kurzem hätte ich es auf jeden Fall niemals erwartet. Aber nach den ganzen News in letzter Zeit ist es in meinen Augen auf jeden Fall im Bereich des Möglichen. Ob es nun jetzt schon so weit ist oder nicht, irgendwann wird es mit Sicherheit so kommen, dass auch Staaten nicht drumherum kommen werden, sich mit Bitcoin einzudecken. Tja, denn man kann es drehen und wenden, wie man will. Es ist das knappste Gut der Welt. Das Netzwerk wird immer weiter wachsen. Es ist dezentral, unzensierbar. Es zu lagern kostet nichts. Es kann nicht verderben. Man kann es für sehr niedrige Kosten und quasi ohne Risiko innerhalb weniger Minuten über die ganze Welt senden. Und es ist total unabhängig von Zentralbanken oder Regierungen. All diese Eigenschaften machen Bitcoin mit Abstand zum besten Reserve-Asset, das es gibt. Das haben mittlerweile nicht nur BlackRock und die anderen gigantischen Vermögensverwalter erkannt, sondern wir können davon ausgehen, dass das auch die meisten Regierungen schon gecheckt haben. Wäre es also nicht mega krass, wenn mit den USA direkt das wirtschaftlich mächtigste Land der Welt als erster Industriestaat den Schritt macht und auf Bitcoin als Reserve setzt? Ich denke, jetzt kann sich noch keiner vorstellen, wie groß das wäre. Tja, und was das für den Bitcoin-Preis bedeuten würde. Aber naja, warten wir es ab. Vielleicht wissen wir in ein paar Tagen ja schon mehr. Also was denkst du? Wird Trump in Nashville wirklich die Bombe platzen lassen und so eine heftige Ankündigung machen? Oder wird das Ganze am Ende doch nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird? Schreib mir deine Meinung dazu unbedingt mal unten in die Kommentare. Ich bin für dieses und auch für das nächste Jahr auf jeden Fall wirklich extrem bullisch. Und wenn bis dahin nicht noch auf irgendeine Weise die Welt untergeht, denke ich, dass wir schon bald wieder in einen richtig fetten Bullrun übergehen werden. Die Zeit ist einfach reif und ich bin schon gespannt darauf, wo uns das Ganze dieses Mal hinführen wird. Bis dahin macht es am besten so wie ich. Einfach zurücklehnen, die Show genießen und weiter Satoshis stapeln. Wenn du außerdem in Zukunft kein spannendes Video mehr verpassen und was Bitcoin angeht immer auf dem Laufenden bleiben willst, dann solltest du jetzt noch schnell den Kanal abonnieren. Wir, wenn du magst, noch eine kleine Spende für meine Arbeit da lassen und vor allem beim nächsten Video unbedingt auch wieder einschalten. Ich freue mich schon drauf. Bis dahin, macht's gut, wir sehen uns. Bis dahin, macht's gut, wir sehen uns.